Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Katrin und hier bei SchönVegan soll es nicht nur um vegane Rezepte, die Wirkung von Essen auf deinen Körper, diverse Ernährungskonzepte wie Rohkost und so weiter gehen, sondern auch um Schönheit. Ein für mich sehr wichtiges Thema sind Zähne. Denn dein Lächeln ist das Schönste, was du tragen kannst. Und wenn du dich mit deinen Zähnen nicht wohlfühlst, bist du sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle gehemmt, dein strahlendstes Lächeln zu zeigen. Ich weiß nicht, ob du noch zu der Generation gehörst, wo in der Jugend die Entscheidung getroffen werden musste, feste oder lose Zahnspange. Ich gehöre dazu und mich hat es los der festen Zahnspange getroffen, was ein Traum war. Neben Metallstücken, die auf jeden einzelnen Zahn geklebt waren und mit Drähten verbunden waren, dann hatte ich auch noch einen Cage außenrum. Ja, man hatte dann im Nacken ein Band und vorne rum war ein Draht gespannt. Das Ganze hat die im Mund liegende Zahnspange noch unterstützt und hat natürlich wahnsinnig dazu beigetragen, dass ich mich in der Pubertät unglaublich wohl gefühlt habe. Das kannst du dir vorstellen. Ich habe also drei Jahre lang Traumata erlebt und quasi immer nur wie ein Monschi-Schi gelacht, also ungefähr so. Und nach drei Jahren hatte ich aber wirklich schöne Zähne, die waren alle in Reihe und Glied und im Alter von circa 28 habe ich dann erst gedacht, ich sei paranoid und bilde mir ein, dass ein Zahn mehr und mehr aus der Reihe tanzt. Dem war aber nicht so und der war tatsächlich auf dem besten Wege absolut aus der Spur zu geraten. Und ich habe mich dann informiert und versucht herauszufinden, wie kann man das denn im Erwachsenenalter korrigieren, ohne jetzt eine aufwendige Kieferorthopädenkorrektur vornehmen zu lassen. Darum soll es heute gehen und ich möchte dir gerne ein Heimanwendungssystem vorstellen und lege dir aber gleichzeitig nahe, wenn bei dir eine funktionelle Korrektur ansteht, dann wende dich bitte an deinen Zahnarzt oder Kieferorthopäden. Ich habe mir also dann überlegt, ich bin nicht drei Jahre lang traumatisiert worden in meiner Jugend, um dann als Erwachsene doch wieder mit schiefen Zähnen zu enden und habe mich auf die Suche gemacht, was ich da eben als Erwachsene ändern könne. Da mir Zähne sehr wichtig sind, bin ich zuerst zum Zahnarzt gegangen, der mir dann erklärt hat, mein Mund wäre zu klein und man müsste die Zähne abschmiergeln, sodass mehr Raum entsteht. Und punktuell sei Verstärkung notwendig, sodass man auch eine funktionelle Korrektur vornehmen kann. Ich hatte aber gar keine Probleme und es hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Zudem wäre das bei 5.000, 6.000 Euro gelegen preislich und ich hätte alle zwei Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, in die Praxis gehen müssen, was überhaupt keine Option war für mich. Ich habe dann weiter recherchiert und es gibt ja zuhauf Anbieter, die dir zu Hause in Eigenregie diese Zahnkorrektur ermöglichen. Der für mich sympathischste Anbieter war Intuitiv Smile Union und das ist auch der Anbieter, um den es hier gehen soll. Er war also nicht nur der sympathischste, sondern auch der günstigste und auch heute gibt Smile Union dir noch die Bestpreisgarantie. Wenn du dich also nach dem Video für eine Zahnkorrektur interessierst, schau mal in der Videobeschreibung nach. Da erhältst du einen Code, mit dem du für einen Euro unverbindlich ein Abdruckset, das du gleich kennenlernen wirst, bestellen kannst, um dann dein individuelles Angebot zu erhalten. Das ist wirklich komplett unverbindlich und mach dir keine Sorgen. Du wirst sehen, das ist kinderleicht, diesen Abdruck zu nehmen. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die Raffaella, und wir haben gemeinsam diesen Abdruck genommen, weil ich fand es ganz interessant, dir das Ganze zu zeigen. Wir hatten ziemlich viel Spaß bei der Abnahme der Abdruckung. Die Anleitung ist ganz klar im Booklet, wie das Ergebnis auszusehen hat. Das ist wirklich idiotensicher, sage ich mal. Und ich dachte, um Gottes Willen, das bekomme ich nie hin, aber selbst ich habe es geschafft. Du drückst dann einfach diese Schablone gegen deinen Ober- und Unterkiefer und wartest eine vorgegebene Zeit. Ja, die wird dann einfach übers Handy gestoppt. Du schickst also dann, nachdem du diesen Abdruck gemacht hast, das ganze Set ein und schickst an Smile Union über WhatsApp diese Fotos in verschiedenen Positionen, also von Frontal, Seitenansicht, Ober- und Unterkiefer genauer beleuchtet. Und auf dieser Basis erstellen sie die Simulation und eben den Kostenvoranschlag. Du siehst am Anfang in 3D die Status-Quo-Situation, also die Situation, die im Moment der Abdrucknahme sozusagen vorhanden war, hin zum gewünschten Ergebnis. Du bekommst also dein erstes Set von diesen transparenten Schienen und diese Schiene trägst du zwei Wochen. Du solltest die 22 Stunden am Tag während der Korrekturphase tragen. Dadurch hast du zwei Stunden Zeit eben, um zu essen. Du solltest danach immer die Zähne putzen. Das ist natürlich, wenn du ganztägig unterwegs bist, ein bisschen tricky. Also du solltest dann schon eine Zahnbürste mitführen. Aber es ist definitiv gut machbar. Und der WhatsApp-Support ist super gut. Du hast sofort die Antwort da. Ich habe gemerkt, okay, nach drei, vier Tagen war der Druck deutlich weniger und die Zähne sahen auch schon deutlich besser korrigiert aus und habe dann über WhatsApp das Team von Smile Union kontaktiert, um zu fragen, ob ich denn nicht die Intervalle verkürzen kann. Und da haben sie gesagt, nein, das muss ich dann etablieren. Das ganze System muss adaptieren sozusagen und diese zwei Wochen sollen strikt eingehalten werden. Und diese Retainer trage ich jetzt einfach jede Nacht. Das empfehlen sie, weil einfach der Kiefer immer arbeitet. Und wenn du das unterlassen würdest, kann es eben sein, dass das Ganze wieder in die Ausgangsposition zurückschiebt. Und dann hast du verschiedene Schienen, die eben sukzessive auf dein Endergebnis hinarbeiten. Ich hatte dann sechs Schienen für oben und unten. Also ungefähr über drei Monate ging das Ganze. Und du bekommst dann noch ein paar Retainer, was ich auch quasi als Beißschiene nutze. Also ich habe seitdem auch deutlich weniger Kopfschmerzen in der Früh. Die kannst du auch immer wieder nachkaufen. Über den Lauf der Zeit werden zumindest diese Retainer natürlich ein bisschen milchig. In zwei Wochen passiert da nicht viel. Also die sind wirklich ziemlich transparent, wenn du sie das erste Mal einsetzt. Es war jetzt zumindest laut meiner Erinnerung deutlich weniger schmerzhaft als damals beim Zahnarzt, wenn das Ganze nachgezogen wurde. Vielleicht hattest du so eine drahtfeste Zahnspange. Da musstest du ja regelmäßig zur Kontrolle beim Zahnarzt vorsprechen sozusagen. Und der hat dann die Drähte nachgezogen und da wahrscheinlich einfach viel mehr Korrektur initiiert als diese Schienen das tun. Diese Korrektur hier ist also deutlich sanfter, meinem Empfinden nach. Ich muss sagen, ich habe natürlich wirklich eine minimale Korrektur gehabt. Viele haben das gar nicht gesehen. Mich hat dieser Zahn förmlich angesprungen. Aber das hängt natürlich davon ab, wie sehr man den Fokus darauf richtet. Ich bin einfach total froh, dass ich es gemacht habe. Und es war so einfach. Ich habe am Anfang so ein bisschen Bedenken gehabt vom Ein- und Aussetzen, weil ich das bei meiner Schwester mitbekommen hatte. Sie hatte ein bisschen Probleme, aber über einen anderen Anbieter das Ganze rauszubekommen. Und da habe ich wirklich schon Sorge gehabt, dass das Ganze Probleme machen könnte, auch in meinem Fall. Dem war aber überhaupt nicht so. Man sieht es, wenn man es nicht weiß, nicht. Meine persönliche Empfehlung ist, dass du diese Korrektur nur bei rein optischen Korrekturen vornehmen lässt. Wenn du also einen Überbiss hast oder geschmörgelt werden musst, weil der Kiefer einfach zu eng ist, bei mir fehlen gefühlt zwölf Zähne. Das stimmt natürlich nicht ganz so, aber bei mir sind schon einige entnommen worden vorher aus verschiedenen Gründen. Auch schon im Rahmen der Korrektur eben in der Jugend. Wenn bei dir jetzt noch alle Zähne da sind und der Kiefer einfach zu eng ist, dann solltest du vielleicht vorher einfach einen Termin mit deinem Zahnarzt machen oder Kieferorthopäden, der dir dann ganz individuell die Rückmeldung gibt. Ist es eine Empfehlung über dieses Heimsystem oder eben nicht? Ich hatte verschiedene Anbieter verglichen und Smile Union war für mich mit Abstand der Ansprechendste. Es ist aber einfach Typsache, weil Smile Union hast du sehr viel Eigenverantwortung und du kannst mir glauben, meine Zähne sind mir wichtig. Deshalb habe ich das schon mit Bedacht ausgewählt. Ich muss sagen, ich bin sehr pingelig, was meine Zähne angeht und ich würde es dir natürlich nicht empfehlen, wenn ich nicht absolut davon überzeugt wäre, weil wenn man sich da irgendwas verschiebt, also vor allen Dingen funktionell kann das natürlich unschöne Folgen haben, vor allen Dingen Kopfschmerzen. Wenn in der Kieferfunktionalität irgendwas gestört ist, kann das wirklich Probleme bereiten. Aber wie gesagt, wenn bei dir rein kosmetisch was ansteht, definitiv Smile Union. Und ja, zeig dein schönstes Lächeln. Unabhängig von der Stellung deiner Zähne ist es natürlich immer schön zu lächeln und zu normalen, aber wenn die Zähne in Reihe stehen, ja, dann fühle, also ich persönlich fühle mich auf jeden Fall jetzt wieder deutlich wohler. Also lass mich gerne wissen, ob du schon damit oder mit einem anderen Anbieter Erfahrungen hast und habt viel Spaß damit. Vielen Dank.